Was ist in Sachen Digitalisierung im Burgenlandkreis? Also in Sachen Digitalisierung im Burgenlandkreis war heute sozusagen ein Spatenstich. Die Bürgermeister des Kreises haben einen Vertrag unterschrieben mit der Telekom, so dass es jetzt richtig losgehen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, viele Schulen und vor allem auch soziale Einrichtungen warten sehnsüchtig darauf, dass sie nun endlich einen vernünftigen Internet, einen leistungsfähigen Internetanschluss kriegen. Ich glaube, gerade für Schulen ist das extrem wichtig, weil in Sachen digitale Kompetenzen sind wir, ich würde mal sagen, Entwicklungsland. Und da gibt es noch eine Menge zu tun, aber der erste Schritt ist getan.